Die zehn wichtigsten Fragen zur JAV-Wahl. Wir klären sie. Frage 1. Wer kann eigentlich die JAV wählen und wer kann in die JAV gewählt werden? Ja, die Jugendlichen- und Auszubildendenvertretung. Ein ganz wichtiges Teilorgan aus meiner Sicht. Und wählen kann jeder, der jugendlich ist oder Azubi im Betrieb. Naja, jugendlich ist man, wenn man noch nicht 18 Jahre alt ist. Davon gibt es wenige bei euch in aller Regel. Aber Azubis wird es geben und die dürfen wählen, egal wie alt sie sind. Also, wenn du mit 28 erfolglos Jura abgebrochen hast und eine Ausbildung machst, darfst du auch wählen. Wählbar, also in die jugendlichen Auszubildendenvertretungen, kann gewählt werden jeder, der eine Ausbildung macht und auch jeder, der keine Ausbildung macht. Und noch nicht 25 Jahre alt ist. Also, der Kreis der Wählbaren ist etwas weiter als der der Wahlberechtigten. Ja, hoffentlich kommt bei euch eine JAV zustande und ihr Wahlvorstände sorgt da ja für. Frage 2. Wann kann es überhaupt eine JAV geben? Eine Jugendlichen- und Auszubildendenvertretung? Ja, JAV kann es erstmal nur geben, wenn es einen Betriebsrat gibt. Ohne Betriebsrat keine JAV. Denn die JAV ist ein Teilorgan des Betriebsrats und sozusagen ein Anhängsel des Betriebsrats. Ja, was ist die nächste Voraussetzung? Wir brauchen mindestens 5 wahlberechtigte Arbeitnehmer. Und wer ist wahlberechtigt für die JAV? Naja, alle Jugendlichen und Azubis. Jugendliche Arbeitnehmer hat man relativ selten. Aber Azubis wird es bei euch geben, hoffentlich. Und hat man 5 davon, kann es auch eine JAV geben. Also, ran an den Speck und lasst die JAV wählen. Frage 3. Der Betriebsrat führt doch die Wahl der JAV durch, oder? Nein, der Betriebsrat ist zwar zuständig dafür, dass es eine JAV geben soll. Das ist eine seiner Pflichtaufgaben aus § 80 Absatz 1 Nummer 5 Betriebsverfassungsgesetz. Aber der Betriebsrat bestellt nur den Wahlvorstand. Dieser ist ein unabhängiges Organ, besteht aus Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern des Betriebes und ist nicht weisungsgebunden gegenüber Arbeitgeber oder Betriebsrat oder Gewerkschaft. Und dieser Wahlvorstand besteht aus mindestens 3 Arbeitnehmerinnen. Der führt die Wahl durch. Das ist übrigens ein sehr formelles Verfahren, geregelt in der Wahlordnung. Aber, um das gut und sicher durchzuführen, besucht ihr hoffentlich das JAV-Wahlseminar bei der WAF. Frage 4. In welchem Wahlverfahren wird eigentlich bei der JAV-Wahl gewählt? Naja, hier gilt nichts anderes als bei der Betriebsratswahl auch. Es gibt das normale Wahlverfahren und das vereinfachte Wahlverfahren. Und welches Wahlverfahren zur Anwendung kommt, bestimmt sich nach der Arbeitnehmerschaft, also wie viele wahlberechtigte Arbeitnehmer es gibt. Bei der Jugendlichen- und Auszubildendenvertretung zählen natürlich auch nur die Jugendlichen und Azubis in diese Arbeitnehmerschaft mit hinein. Das heißt also, im normalen Wahlverfahren wird nach Wahlordnung erst gewählt, bzw. nach den Wahlvorschriften im Betriebsverfassungsgesetz, wenn es mehr als 200 Arbeitnehmer gibt. Also Jugendliche, die hat man selten als vollwertiger Arbeitnehmer, oder eben Azubis. Erst dann gilt das normale Wahlverfahren. Im vereinfachten wird gewählt, wenn man bis 100 Arbeitnehmer gibt. Das ist zwingend und ab 101 bis 200 kann man mit dem Arbeitgeber vereinfachen oder vereinbaren, dass das vereinfachte Wahlverfahren zur Anwendung kommt. Also, ihr seht, es ist nicht ganz einfach, aber wenn ihr das Wahlseminar JAV-Wahl der WAF besucht, dann wisst ihr genau, in welchem Wahlverfahren ihr euch befindet und was zur Anwendung kommt. Frage 5 Welcher Fehler sollte unbedingt beim Erlass des Wahlausschreibens vermieden werden? Ja, mit dem Erlass des Wahlausschreibens leitet ihr die JAV-Wahl ein. Das ist quasi so die Anfangs-Geburtsstunde der JAV. Und das Wahlausschreiben muss formell korrekt sein, sonst ist die Wahl anfechtbar und deswegen müsst ihr unbedingt folgenden Fehler vermeiden. Also, erstmal ist die Frist wichtig. Das Wahlausschreiben muss spätestens sechs Wochen vor Wahltag, also erster Tag der Stimmeabgabe, erlassen werden. Jedenfalls im normalen Wahlverfahren. Im vereinfachten Wahlverfahren gibt es im Prinzip keine Frist, außer die rein tatsächlich sich ergebende. Und da wird es so zwei bis drei Wochen spätestens vor Wahltag sein müssen. Weitere Formvoraussetzung, außer dieser sechs Wochen Mindestfrist, ist, dass natürlich der Wahlvorstand einen Beschluss über den Erlass des Wahlausschreibens fasst. Ohne Beschluss geht gar nichts im Wahlvorstand. Zudem solltet ihr das Wahlausschreiben an demselben Tag aushängen, an dem es erlassen wird. Das hilft euch bei der Fristberechnung. Das Wahlausschreiben muss unterschrieben werden vom Vorsitzenden des Wahlvorstandes und einem weiteren stimmberechtigten Mitglied des Wahlvorstandes. Dann erst ist es formell korrekt erlassen. Aushängen an präsenter Stelle, gerne auch digital noch ergänzend und schon ist die Wahl eingeleitet. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, empfehle ich euch das JAV-Wahlseminar. Und wenn euch das Video gefallen hat, sehen wir uns auch hoffentlich wieder. Mein Name ist Fabian Baumgartner, Rechtsanwalt aus München und Referent der WAF.